Hier ist die Botschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer... Sie kommen! Und mit der Nummer 13, der Tor... ...Krise! Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Ich finde es total cool, ich muss immer applauden. Für die Sendung. Ich bin froh, genau. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich muss das jetzt wirklich... Es ist so total easy und wirklich wie zu Hause. Das finde ich total cool. Das letzte Mal war es schön, darum haben wir dich wieder eingeladen. Danke vielmals zusammen. Leonardo Nigro ist bei uns. Der Schauspieler, grosser Fussballfan. Vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir die letzte Runde mehrfach miteinander verbracht. Wir haben das Dritte. Es wäre jetzt wieder Euro. Wie traurig bist du, dass es kein Euro ist? Ja gut, dann werden wir einfach das nächste Mal, das nächste Jahr Europameister. Italien, das ist kein Problem. Bei dir ist es nie ganz sicher, wer ist mir, ist Italien... Also mittlerweile müsstest du das wissen. Ist Italien mir oder die Schweiz mir. Wobei, wenn du sagst, werden wir Europameister, ist die Chance doch relativ viel grösser, dass Italien gemeint ist und nicht die Schweiz. Ja, es wird immerhin wieder geschootet. Können wir festhalten, es wird wieder geschootet. Das ist mal ein Anfang. Ja, Avan relativ eigenartig. Wie hast du die Geisterspiele erlebt in der Bundesliga? Letzte Woche haben die ersten Spiele in einer grossen Liga im M&M. Es sieht schon gewöhnungsbedürftig aus. Aber es ist eigentlich auch so, wie eine Saison eigentlich losgeht. Zuerst sind ja alle Testspiele, wo irgendwelche Mannschaften in Marbea gegen irgendwelche Drittligisten aus Rumänien spielen. Auch ohne Zuschauer. Darum ist es eigentlich gleich noch richtig. Jetzt geht es dann los. Und jetzt fängt man schon ein wenig zu üben. Es hat schon ein wenig Testspielcharakter. Auch wenn es natürlich das Niveau vielleicht ein wenig anders ist als in einem Testspiel. Aber ohne Zuschauer, ohne Emotionen, die hochgehen, die du halt nicht so hast, wenn du kein Publikum hast. Ja, Testspiel. Das ist gut. Du hast gar nicht geschaut, oder? Ein deutscher Fußball interessiert dich. Ich bin schon konter. Du darfst jederzeit reingrätschen. Nein, wenn du sagst, Marbea gegen einen Drittligist, Vorbereitungsspielen, das ist ja auch nicht mehr so. Es war früher einmal so, die Geisterspiele gibt es ja eben nicht einmal mehr in der Vorbereitung, von der Vorbereitung, von der Vorbereitung der Saison. Also mittlerweile sind die Spieler gar nicht mehr am Trainieren, sondern irgendwo am Touren in Asien, Amerika, wo auch immer. Also von dem ist es schon sehr, sehr gewohnungsbedürftig. Also das ohne Zuschauer. Ich habe mich selber dabei dabei beobachtet, wie erlebe ich das Fussballspielen ohne jegliche Atmosphäre. Und ich habe festgestellt, dass vieles von dem, was wir als Fussball verstehen, natürlich die ganze Unterhaltungsblase rundherum auch mitmeint. Also volle Stadien, Fangesänge, Fanchoreografien, die ganze mediale Inszenierung übers Fernsehen, das Einlaufen. Das meinen wir alles mit, was wir Fussball meinen. Dabei ist Fussball an sich ja nur elf gegen elf zu shooten gegeneinander mit dem Ball. Und das war es jetzt. Es ist ja wie, wenn irgendwo ein Drittligamatsch schauen würde. Das ist alles. Das mache ich auch gerne. Ein Drittligamatsch schauen, wo keine Atmosphäre ist und keine Zuschauer. Dort geht es nur ums Shooten. Und jetzt habe ich die Bundesliga geschaut. Und es war ein bisschen, wie wenn ich den FC Mettmerstedt gegen den FC Affolter schauen würde. Und einfach nicht ganz das Niveau wie der FC Mettmerstedt wahrscheinlich erreicht. Obwohl ich noch nie ein Spiel von ihnen gesehen habe. Auf relativ hohem Niveau natürlich. Auf Bundesliganiveau. Und dann stellst du dir die Frage, ich finde es immer noch geil. Aber es ist schon nicht ganz so geil, weil die ganze Inszenierung wegfällt. Es wirkt natürlich noch besonders trist, wenn du natürlich gleich in den grossen Stadien spielst, wo dann alle leer sind. Es wäre jetzt etwas anderes, wenn die jetzt Mettmerstedt auf dem Schulhausplatz würden spielen und ein paar Leute stehen rundherum. Dann wirkt es vielleicht schon ächter oder nicht so absurd wie jetzt in so einer riesigen leeren Arena, die einfach so eine gespenstische Stille ist. Aber es ist auch lustig, dass ihr dann ein Paar probiert, dann gleich die Elemente von dem Unterhaltungsteil wieder reinzubringen. Du hast dann so inszenierte Jubel oder du stehst vor der Fankurve, weil sie es halt die ganze Zeit gemacht haben. Und wenn niemand da ist, was machen wir jetzt? Das Gleiche wie immer. Symbolhaft vor einer leeren Kurve stehen. Meine Meinung ist, ich denke, wenn man jetzt wirklich würde, uns noch einmal in einem Monat, anderthalb, und es geht so lange weiter mit diesen Geisterspielen, ich glaube, wir sind extrem abpassungsfähig. Ja. Und ein extrem Gewohnheitstier eigentlich. Und ich weiss noch genau, vielleicht hat es sich ein bisschen zu weit hergeholt, aber wo damals, möchtet ihr euch noch erinnern, die Bandebeere gekommen ist, die geleuchtet haben, die blinkt haben, die auf dem Schriftzug, und nicht einfach gefischt. Mhm. Da habe ich zuerst gedacht, hey, nein, das geht doch nicht. Du kannst nicht mehr Fussball schauen, wenn die ganze Zeit im Hintergrund irgendetwas blinkt. Und mittlerweile ist es einfach so. Und ich glaube, auch das bräuchte wahrscheinlich so acht, neun, zehn Spiele, bis man sich wahrscheinlich an das gewöhnt, dass es einfach auch ohne Zuschauer geht. Wenn du mich jetzt so fragst, ist es für mich fast nicht zum Aushalten. Also ich brauche das Ganze drumherum. Für mich ist es extrem langweilig, eigentlich. Also im Sinne von, wir langen dann die Highlights. Zum Beispiel, wenn ich weiss, was weiss ich, am neun Uhrabend ist das Champions-League-Spiel, dann tue ich nicht meinen Kopf, oder was weiss ich, auf die neun, sondern schon auf die viertel, acht. Ich brauche das Vorher und das Nachher. Das macht das Ganze einfach auch cool. Und wenn der Reporter am Spielfeld steht und hinten siehst du die vollen Kurve in Dortmund und so, das braucht es einfach. Aber wie gesagt, vielleicht kann man ja auch das, genauso wie jetzt Leute auf einmal Homeoffice entdeckt haben, oder sehr viele Leute. Es braucht wahrscheinlich einfach eine Zeit, dass man sagt, okay, jetzt ist es einfach so und jetzt geht es ... Vielleicht entdecke ich mich, wie du sagst, völlig neue Sachen, dass man den Fussball oder das Spiel an sich anders sieht oder anders einschätzt. Ich war noch froh. Ich war noch froh, habe ich es trotzdem noch lässig gefunden. Und habe mich nicht selber dabei erzappt, dass ich mich gar nicht für Fußball interessiere, sondern einfach nur für die Show. Ich war noch froh, habe ich es doch auch noch lässig gefunden. Inklusive all den sehr eigenartigen Nebeneffekten, dass sie mit den Masken aufs Feld kommen, dass der Coach auch eine Maske haben muss, er darf sie während des Coaches abziehen. Und so gestylte Masken, vor allem auch noch mit den Clubfarben und den Logos drauf. Und die Spieler sitzen nicht auf der Ersatzbank nebeneinander, sondern sie sitzen auf der Tribüne, so mit drei, vier Metern Abstand. Alles auch ein wenig für die Galerie, oder? Nimm mich schon an, da hatte es ein paar symbolische Entscheide. Es ist viel symbolisch drin. Was zumindest gleichgeblieben ist, ist ja die Kameraaufnahmen, die Kamerainstellungen, die sind gleichgeblieben, ob es mit oder ohne Zuschauer. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe natürlich jetzt im Verhältnis viel, viel, viel mehr Spiele in meinem Leben am Fernsehen gesehen und nicht live in einem Stadion. Und darum, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe das immer noch nicht gelernt und ich kann das immer noch nicht wirklich einschätzen, wenn ich jetzt live ein Spiel sehe, sei es in der Kurve oder auf der Tribüne. Das kann ich dir im Fall relativ schwer sagen, ausser den Stab 5-0, aber ich kann das sonst relativ schwer sagen, einfach weil mein Auge das Spiel anders sieht, als normalerweise am Fernsehen. Und ich habe dann manchmal echt Mühe zu sagen, welche Mannschaft war jetzt wirklich dominanter gewesen als die anderen. Also, das Live-Gefühl ist anders, als wenn man ein Spiel am Fernsehen verfolgt. Ich finde das Spiel, wenn ich es live gehe und schaue, weil ich es auch nicht so, so, so oft mache, ich bin jetzt nicht jedes Wochenende in einem Stadion. Wenn ich live im Stadion ein Spiel gehe und schaue, finde ich es meistens besser, glaube, weil ich bin dann wie, wenn ich einen Drittligamatch gehe und schaue, ich kann viel besser einschätzen, was die da leisten auf dem Platz, wenn ich live dabei bin. Im Fernsehen erwarte ich immer viel mehr und finde das Spiel viel schneller mal ein bisschen langweilig. Du hast aber auch das andere natürlich, dass du, wenn du im Fernsehen einen Match schaust und er ist super aufbearbeitet und er hat verschiedene Kameraeinstellungen und es wird nochmal den Jubel eingespielt, dann hat man schnell das Gefühl, der Match ist eigentlich super, super gut. Das ist so ein bisschen der Bundesliga-Effekt, weil das einfach so super produziert ist, dass man bei einer Bundesliga-Zusammenfassung bei jedem Spiel auch Stuttgart-Mainz findet, okay, das ist jetzt der absolute Oberbrüller gewesen. Aber wenn du dann im Stadion bist, also ich glaube, der schlimmste Match, den ich jemals schaue, ist Hertha gegen Stuttgart gewesen. Und den habe ich im Stadion gesehen und fand ich, okay, das ist wirklich das Schlimmste, den ich je gesehen habe. Es hat nur fehlgepasst, es war langweilig, es war miserabel. Und dann war es Highlights. Nachher habe ich gesagt, was machen Sie jetzt aus dem Match noch? Okay, wenn ich jetzt nur zusammenfassende, ich denke, das war ein Weltklasse-Match. Das heißt, diesen Effekt gibt es schon auch. Wieder die mediale Aufbereitung, die heute eigentlich zum Fussball dazugehört, die jetzt auch ein wenig wegfällt, wenn kein Publikum im Stadion ist. Jetzt schauen alle anderen Ligen, die haben jetzt natürlich ganz fest, gerade die Zuschauerzahlen waren noch nie so gut bei einer Bundesliga-Runde. Die ganze Welt hat die Bundesliga-Runde geschaut, das ist ja auch die einzige grosse Liga, die du überhaupt schauen kannst. Und dann Italien, Spanien, die englische Liga, die haben jetzt ganz fest natürlich auf Deutschland geschaut, wie die das so machen und sind froh, dass es geht, weil sie wollen ja auch in zwei, drei Wochen wieder einsteigen. Ja, wobei, es geht. Mal schauen. Jetzt ist ja langsam wieder zurück in die Normalität, was immer das auch für einen heisst. Mal schauen, ich weiss nicht, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Mannschaft auf einmal vier Corona-Fälle auftauchen. Dann sagen natürlich die Regierungen von den anderen Ligern, seht ihr, seht ihr, haben wir es doch richtig gemacht, dass wir warten, bla bla bla, da kommt der ganze Seichwetter. Ähm, ich weiss jetzt gar nicht, wissen die da mehr? Also sind die anderen wirklich am schauen, was passiert? Ist Frankreich nicht definitiv? Frankreich ist zu. Das sind die Einzigen, die hat aufgehört. Holland auch, ja. Holland auch, ja. Belgien auch. Und dort gab es ja das riesige Ding, das ich absolut nachvollziehen kann. PSG. Die haben ja gemeint, okay, wir spielen keine Meisterschaft und müssen dann am 9. August die Champions League spielen, nachdem sie vier Monate lang inaktiv waren. Es ist absurd. Ja, die wollen natürlich auch die Ligen fertig spielen. Irgendwann fängt dann der europäische Wettbewerb wieder an. Im August soll es weitergehen, ja. Also die Champions League wollen sie im August fertig spielen. Genau, ja. Und dann geht die nächste wieder los. Was ja eben eng wird, weil man sieht ja da so ein grosses Terminkaus. Jetzt sagen wir mal, die Bundesliga spielt jetzt. Die sind relativ früh. Die anderen grossen werden vielleicht später nachkommen. Nachher sagen wir, jetzt wird bei irgendeinem italienischen oder spanischen Klub, dann wird mal einer positiv auf Corona getestet. Das heisst, die Mannschaft fällt dann aus. Zwei Wochen, ja. Dann fällt der Spielplan auseinander. Dann fällt wahrscheinlich auch die Spiele weg, die mal vorher schon gegen die Mannschaft gespielt hat, die eine Infizierte drin hat. Ja. Und dann noch Champions League, Europa League, alles. Es ist ein Tanz auf ganz, ganz dünnem Eis. Ich habe ja jetzt Deutschland zum Beispiel von Dynamo Dresden, der Zweitliga-Verein, wo jetzt zwei Wochen muss die ganze Mannschaft in Quarantäne. Weil sie zwei oder drei Corona-Covid-19-Fälle haben. Die können jetzt nicht spielen. Sprich, die Gegner von ihnen können ja die Spiele auch nicht spielen. Das heisst, die kommen in Verzug. Die haben jetzt schon englische Wochen bis Ende der Saison. Das bringst du alles gar nicht mehr rein. Und das ist jetzt nun mal Dynamo Dresden. Ich will gar nicht wissen, was wenn Hertha BSC... Weil Hertha BSC, da ist die Gefahr immer ein bisschen am grössten. Und jetzt mal einfach ganz offen. Natürlich schaut jeder von uns gerne Fussball und er fehlt uns. Aber jetzt angenommen, es wäre kein Milliarden-Business. Nein. Und jetzt all die Punkte, die wir jetzt hier aufzählt haben. Oder mit dem Chaos, das tatsächlich sehr realistisch ist. Dass es ein riesen Chaos geben würde. Wie lange hätte es überlegt, sollen wir die Ligen abbrechen? Ja, nein. Ich glaube, keine zwei Sekunden. Natürlich nicht. Es sind zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite ist das Milliarden-Business. Klar, die grossen Ligen kommen viel Geld über, wenn ihre Liga fertig gespielt hat. Dann hast du aber alle die kleinen Ligen, die einfach auf die Zuschauer angewiesen sind, wo man sie nicht spielen konnte. Sie spielen nicht weiter, weil sie extrem viel Geld verdienen wollen, sondern sie wollen weiter spielen, um irgendwie überleben zu können. Das ist schon noch ein unterschiedlicher Ansatz. Also Deutschland spielt im Moment wieder. Weissrussen haben nie aufgehört. Weissrussland hat man durchgespielt. Hier ziehen sie durch. Und in Südkorea wird auch gespielt. Dort erreichen wir uns auch schöne Nachrichten. Um die leeren Stadien zu füllen, hat der FC Soul Puppe ins Stadion. Sie haben eine schwerte Puppe bestellt. Sie haben sie im Stadion verteilt. Sie haben dann auch Fussball-Leibchen angelegt. Sie haben dann auch so Sachen transparent durchgehalten. Ja, wobei... Sorry, aber das ist ja so Ländere. Jeder hat ja so eine Sexpuppe zu Hause. Ich glaube, das gehört zur Kultur. Die haben sie einfach dann ins Stadion mitgebracht. Das ist ja genau der Punkt. Es waren ja dann Sexpuppe. Wirklich? Nein! 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 Sorry, ich wollte da nicht regeln! Nein! Es ist ja blöd, wie es nicht ein Tomsing-Gag war, sondern es ist tatsächlich die Realität. Nein, es ist tatsächlich passiert. Es ist nicht mein Gag. Wirklich? Die haben im Nachhinein herausgefunden, oh, das sind Sexpuppe. Das sind also Gummisussis. Die haben Gummisussis in die Stadion gesetzt und es hat einen kleinen Skandal gegeben. Die Entschuldigung ist in solchen Fällen nicht mehr so geil. Es ist aus Versehen. Aus Versehen? Wir kennen es ja. Alle von uns haben schon aus Versehen eine Gummisexpuppe bestellt, wo wir ein paar Jeans bestellen wollten. Ja. Genau so. Passiert andauer. Sie haben auch aus Versehen... Haben Sie das Logo gehabt? Oder Marc? Ja, sie haben transparent etwas aufgehauen. Zum Teil waren es Werbungen für Pornosites. Ja. Auch noch. Aus Versehen. Das kann alles mal aus Versehen passieren. Unglaublich. Ich habe mich dann gefragt, haben die eigentlich auch Geräusche gemacht? Es wäre ja gut, wenn die auch, weisst du, eine kleine Atmosphäre... Was können denn die für Geräusche? Die können ja eigentlich nur stöhnen, also so ein Aufstöhnen. Können sie das? Ich weiss nicht. Wenn sie es können, dann können sie... Also, jubeln können sie sicher. Also, Gummisusi muss er nicht jubeln können. Wäre vielleicht der Marktlücke? Jubelnde Gummisusi. Ich habe wirklich gedacht, ich mache einen blöden Witz. Nein, das ist aber tatsächlich. Haben sie eigentlich gewonnen, weisst du das? Keine Ahnung. Es redet auch niemandem über das Resultat von dem Spiel. Ja. Man muss auch sagen, auch sonst wäre das Resultat von einem Match von FC Seoul jetzt da nicht so interessant in der Westeuropäischen Welt. Nicht mal du weisst, wie die in der Liga so stehen? Nein, leider nicht. Nein, du weisst. Ich schäme mich. Das kollektive Aufstehen von einem Dutzend Gummisusis in südkoreanischen Fussballstadien. Wer hätte gedacht, dass wir mal über so ein Thema in unserem netten kleinen Fussball-Podcast reden. Entschuldigung. Das mit den Geräuschen ist ja auch spannend. Vor allem mit den Lehrern. Das ist ja eigentlich etwas vom grössten Unterschied, dass du einfach jedes Geräusch hörst. Alles. Und dann hast du jetzt auch all die Aufnahmen, die sich gegenseitig angeblich beschimpft haben. Und dann hast du... Ich weiss nicht, habt ihr das mitbekommen von... Dortmund, oder? Ja. ...sollen seine Grossmutter... Genau, das hat es gegeben. Und dann hat es eben auch den Fall... Was? Mhm. Und wie... Also das ist jeder, wo man Fussball spielt, hat das... Ah, jetzt wird er bestraft? Ja, jetzt gehörst du halt alles. Ja, weil jetzt gehörst du... Sobald es alle daheim gehören, muss es natürlich sanktionieren. Genau. Lustig ist auch, in der zweiten Bundesliga hat es bei Wien Weisbaden gegen Stuttgart so einen Wahrentscheid gegeben, in der letzten Minute, oder in der Nachspielzeit sogar, ob es einmal in die Hand ist oder nicht, hat man so den Wahre angeschaut. Und dann gehörst du halt auch den ganzen Dialog, den diesen führt. Und ich meine, das war wirklich... Also das war eigentlich erschreckend. Man hat ja sonst noch mal nicht so genau gehört, was die miteinander reden, aber dort ist der Scheidsrichter... Was der Scheidsrichter mit dem Videoscheidsrichter... Und der Scheidsrichter steht dort vor dem Bildschirm und redet mit dem Videoscheidsrichter und sagt immer nur, ja, aber ich sehe da nichts. Also ich erkenne da jetzt gar nichts. Also hast du noch ein anderes Bild? Also bring mal etwas. Gibt es irgendetwas? Nicht? Ja gut, dann geben wir mal Penalty. Dann findest du so... What? Also das war die Entscheidungsfindung. So okay, gut. Mutig. Mutig. Also der Videoscheidsrichter Keller überredet dann den Scheidsrichter auf dem Platz. Aber weisst du was? Das finde ich mega interessant. Das kann natürlich sein, genauso wie bei uns im Alltag in der Arbeitswelt, dass Corona sicher einiges wird verändern, dass man vielleicht darauf plädiert, dass die Zuschauer das wollen, dass man ab sofort das Gespräch zwischen dem Scheidsricht... Also wie kommt es dann schlussendlich zu dem Entscheid, dass das sogar dann das Audio zu hören wird sein bei den Zuschauer? Ich komme bei den NSA-Fragen, der weiß das sicher schon ab. Wie der Formal 1, dass du den Funk vom Fahrer in die Box dann auch hörst. Ja. Es gibt sicher spannende Diskussionen. Ja, du musst jetzt ja die Fussballüberträgungen, die keine Stimmung mehr haben, weil die Stadien leer sind, musst du ja aufpeppen. Und das wäre jetzt ein guter Vorschlag, finde ich, um ein bisschen mehr Würze reinbringen. Ja, weil ich meine, es nimmt mich dann eben schon auch unter. Gut. Also das ist jetzt wahrscheinlich eine Ausnahmesituation. Ich hoffe es schwer. Ich hoffe es wirklich schwer. Also in der Regel siehst du ja Bilder, als Zuschauer, siehst du ja Bilder, die Schiri in diesem Moment im Monitor ja sieht. Genau. Und in absolut grössten Fällen ist es ein Selbsterklären. Du siehst, ist es Offside oder nicht, ist es Hand gewesen oder nicht. Aber jetzt in so einem Fall, das wäre natürlich... Aber das wird UEFA nicht zulassen. Nein. Sind wir sicher nicht. Nein, nein. Also auch untereinander. Also auch die Spieler untereinander. Also der Goli kann plötzlich jetzt das Kommando übers Feld rufen von den Stürmern. Gehört sie auch? Ah, du wolltest alle verdrahten und dass alle alles gehört? Nein. Das wäre sehr interessant. Das wäre sehr interessant. Wir haben das mal probiert. Vom 12 haben wir mal so ein ganzes Fussballspiel transkribiert. Also alles, was miteinander geredet wird, haben wir so mit x Mikrofonn und dann bei einem Amateurclub das alles aufgenommen, dann haben wir alles aufgeschrieben. Wir haben eigentlich... Wir haben gemeint, es wäre viel, viel, viel mehr geflucht, als tatsächlich geflucht worden ist. Die sind ja alle verdrahten gewesen, die haben ja gewusst... Nein, 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 nein. Also sie haben überhaupt nichts gewusst. Wir haben es mit... Also den Klub schon, aber die Spieler haben sich, glaube ich, nicht so dafür interessiert. Nicht verdrahten, mit Richtmikrofonn von der Seite. Ah. Ja. Und die sind alle... Das ist die zweite Liga gewesen, die erste Liga war es gewesen und die sind alle schon so super professionell, dass es nichts mehr so... Wir haben gedacht, es gibt den übelsten Trashtag. Es hat doch mal nichts... Also nicht... Schweizer Fernseher hat das mal gemacht, den Scheidsrichter verdrahten. Ich habe das sogar... Also ich habe das selber ja mal erlebt, ähm, wo ich zweimal habe mitmachen bei den Match. Mhm. Weißt du, mit dem Schilber Gräs, wo wir ja das Fussballcamp sind. Ah ja, genau. Und dort ist es tatsächlich so gewesen, dass der Schilber Gräs ist zweimal, im 2.5 und im 2.7, ist er bei beiden Spielverdrahten und verkabelt. Und dann habe ich mir das im Nachhinein das Spiel angeschaut. Und das ist natürlich... Man vergisst sich. Vor allem ein emotionaler Typ wie der Gräs. Natürlich. Wenn jemand zusammen schiesst, dann schiesst er ihn zusammen. Ist doch immer ich, ob er das Mikrofon hat oder nicht. Und da gibt es natürlich schon absurde Sachen. Und darum... Das, was du meinst... Beziehungsweise, du hast jetzt gesagt, die waren so professionell. Schon auf dieser Stufe, ja. Ja. Aber ich glaube, was da oben rausgesagt wird... Ja. Also weisst du... Trashtag! Das ist im Fall viel weniger, Trashtag. Wenn man wenig Trashtag ist, ist man professionell. Und wenn man viel Trashtag hat, ist man weniger professionell. Ich erinnere mich da an ein WM-Finale zwischen Italien und Frankreich, wo... Der Trash-Shock zwischen Herrn Materazzi und Sidan eine relativ entscheidende Rolle gespielt hat. Ich glaube, es ist eine Generationenfrage. Ich glaube schon, dass in einer Zeit noch die Älteren, das kann man jetzt der Sidan und der Materazzi dazuzählen, dass das dort noch wie gang und gäbe war. Das hast du einfach gemacht. Und heute hast du schon auf Erstligastufe eine Ausbildung gemacht, in einem Profiverein. Und dort ist das schon ein bisschen abgeschliffen. Das ist nicht mehr so... Jetzt sind wir wieder beim Thema, wo wir letzte Woche mit Carlos Varela besprochen haben. Genau. Also das mit dem Professionell, das ist sicher jetzt in Bezug zum Schiri. Das gehört immer wieder von Schiedsrichtern, dass so Spieler wie ein Iniesta, ein Xavi, ein Pirlo das durchaus zugegeben haben, wo sie gesagt haben, doch das sind eigentlich Spieler, wenn sie umschreien nach einem Fall oder wenn sie wirklich hässig sind und wirklich für mich zukommen sind, dann meistens, weil ich das Gefühl hatte, okay, wahrscheinlich hätten sie recht gehabt. Und das ist natürlich dann professionell. Wenn du das so eingrenzen kannst, dass du eine Glaubwürdigkeit bei einem Schiedsrichter aufschrauben kannst, weil wenn du nochmal dann hässig bist, dann geht man davon aus, okay, dann hat er jetzt wahrscheinlich recht gehabt. Was man jetzt bei meiner Dotti vielleicht weniger abnimmt. Wie hat der Stürmer geheissen? Der Inzaghi. Genau. Wenn der Inzaghi mal ausgeräumt hätte, dann hätte es sicher etwas gewesen sein müssen. Wenn der Bippo Inzaghi sich am Boden gewälzt hat, ist es garantiert sicher faul zu sein. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ja. Klischee. Plödsinn. Ich habe es wieder vergessen. Wer ist dein Klub in Italien? Milan. Wobei Milan, sagen wir so, mich interessiert allgemein italienisch Fussball, aber ich kann einfach nicht, trotz Berlusconi und der ganze Sache, damals war ja noch nicht Berlusconi der Politiker, sondern in meiner Jugend. Also für mich ist die Milan-Zeit die acht Champions-League-Finale von Maldini fünf davon gewonnen. Also so ab 89 bis 05, wo sie gegen Juve dann noch gewonnen haben in Manchester. So diese Zeit, und zwar mit einem unglaublich coolen Fussball. Ich weiss auch noch, als der Capello Milan trainiert hat, 4-0 gegen Barcelona in Athen, wo der Cruyff meinte, das wird ein Spaziergang. Das ist so, das ist so. Also die Champions-League-Erbung. Ich weiss noch, das Rückspiel gegen Manchester z.B. im San Siro, oder das 5-1 gegen Real Madrid im San Siro. Also das ist schon cool gewesen. Und jetzt ist die Liebe etwas erkaltet? Nein, also ich bin natürlich... Das haben wir ja schon mal gemacht. Jetzt sind es einfach nicht mehr gut. Wenn man Fan ist, dann bleibt man Fan natürlich. Genau. Aber Milan braucht jetzt einfach wieder Zeit. Bis wieder mal jetzt. Ja, die brauchen jetzt... Das kommt jetzt Geld von wo? Von China? Jetzt kommt jetzt mal zuerst das Milliarden-Stadion rüber, oder? Also nicht Milliardenplätze, sondern Milliarden Franken, glaube ich. Wo er neben dem alten Giuseppe Meazza dann startet. Ja, die Griesen sind jetzt wieder weg bei Milan. Jetzt ist ja irgendein Konsortium... Ja, das ist auch wieder... Schau! Also in meiner Teilung gibt es mittlerweile einen Witz. Die konstanteste Mannschaft ist in dem Sinne Milan in den letzten 7-8 Jahren. Weil sie sind insofern konstant, dass sie jedes Jahr wieder von vorne anfangen. Das ist ihre Konstanz. Und es ist ja so, sie rühren jedes Mal wieder alles komplett über den Haufen. Und was dort ein riesen Fehler war, ein riesen Fehler, wo Berlusconi zusammen mit Gagliani, wo sie zwei gegangen sind, haben sozusagen ja, nach uns ist nur noch Abgrund. Und am Ende der gleichen Saison sind sie gegangen. Aus welchem Grund auch immer der reine Spielerwechsel, Ende Karriere und so weiter und so fort. Wie willst du nachher? Jetzt kommt ja immer wieder... Ja, die müssen wissen, was ein Heisstrikot von Milan zu tragen. Aber wenn niemand in der Garderobe ist, der ihnen das zeigt, dann funktioniert das einfach nicht. Und das war damals ein riesen Fehler gewesen. Dass sie nicht aus Liebe ein Kippe zum Klub. Okay, wir sind zwar nicht mehr da, aber wir lassen den Klub in guten Händen. Das haben sie nicht gemacht. Ja, aber der Maldini ist noch da. Oder der Boban ist noch da. Nein, der Boban hat es schon wieder gekündigt. Boban ist schon wieder gegangen. Schon wieder gegangen, genau. Der Maldini ist ganz stark auf der Kippe. Weil, wenn sie eben den Rangnick nehmen, dann will er ja nach dem englischen Modell Player Manager sein. Und das wäre der Maldini überflüssig. Das würde er auch nicht akzeptieren. Dann wäre der Maldini auch schon wieder weg. Also, wenn der Maldini kommt, dann ist der Maldini weg. Definitiv. Und eigentlich läuft es jetzt ja nicht schlecht. Also, der Pioli, der jetzt dort ist, ist ja eine Mannschaft am finden. Sie hatten jetzt gute Spiele. Aber, ähm, sie werden das über den Haufen schmeissen. Wieso ist dem Ricci Rodriguez dann immer schlechter gelaufen bei Milan? Ich glaube, hier kann man es sich einfach auch leisten. Er ist ein neuer Trainer gekommen. Dann war er ein paar Monate auf der Bank. Also schaut man heute als Spieler nicht mehr lange zu an. Das ist ja auch zusammen. Er war eigentlich jahrelang immer Stammspieler bei Milan. Ja. Er hat ein paar Monate nicht mehr gespielt und ist gegangen. Oder gegangen worden. Das wissen wir natürlich nicht. Ich wollte mir jetzt nicht unterstellen, dass er keinen Biss mehr gehabt hat oder was auch immer. Es kann ja sein, dass der Klub gesagt hat, du bist ja zur Tür, was auch immer. Du spielst ja eh nicht gegangen. Das wissen wir nicht. Und oft ist man ja auch dann irgendwie so eine Symbolfigur. Ich meine, es war erst in einer Zeit, wo Milan halt jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich war. Dann bist du halt wie so, du bist bei der mediocre Mannschaft gewesen. Ja. Und dann kommt es in den Rennen, gibt es mal einen Wechsel, dann bist du irgendwann schnell mal weg. Ja. Komm, wir reden über den Schweizer Fussball, wo, ähm, wie überall, der Fussball am Leiden ist, auch finanziell. In der Schweiz vielleicht noch etwas mehr als in der grossen Ligen, weil auch mit Geisterspiel einfach kein Geld rein kommt. Und dann hat der Bund sich jetzt mit etwas verzögerlich entschieden, dass sie den Schweizer Fussball und auch das Schweizer Profi-Eishockey unterstützt. Der Fussball kommt 200 Millionen Schweizer Franken rüber. 100 Millionen dieses Jahr, 100 Millionen nächstes Jahr. An Darlehen, wenn man es dann annehmen will als Klub, das muss man dann auch wieder zurückzahlen. Es gibt drei Bedingungen, die an die Darlehen geknüpft sind. von Viola Amherd so formuliert. Die Ligen müssen einen solidarisch getragenen Sicherheitsfonds für künftige Risiken bilden. Die Bundesgelder dürfen nicht für die Deckung überhöhter Spielergehälter eingesetzt werden. Die Nachwuchsarbeit muss im gleichen Umfang fortgeführt werden wie vor der Krise. Da gibt es gewissen Diskussionsbedarf. Also Punkt 1 heisst, wenn ich es richtig verstehe, Clubs, die einen Kredit aufnehmen, machen sie dann Reserven für schlechte Zeiten an. Und wenn einer nicht zahlen kann, dann haften alle Clubs solidarisch. Wie müssen wir uns das in der Realität vorstellen? Ja, wobei das Geld kommt ja nicht von den Clubs ursprünglich dann, das ist das Problem. Sondern das Geld kommt ja vom Bund, wo sie auf die Seite tun. Es ist ja nicht, dass jetzt der Bund sagt, ihr müsst, aus eurem Ersparten so und soviel Prozent in so einen Topf reinfallen. Die haben ja keinen Spaß. Eben, darum hast du völlig recht, dass es ein Diskussionspotenzial hat. Ja, es war ziemlich gross. Wie soll man sich das vorstellen? Bis jetzt haben sie offensichtlich null Geld. Also das ist immer so. Alle Clubs in der Schweiz leben eigentlich von heute auf morgen. Man könnte vielleicht gerade noch knapp bis Ende Saison ist das gut kalkuliert und es geht einigermassen auf. Meistens muss dann noch der Mäzen oder der Clubsitzer noch etwas reinschmeissen. Profit macht logisch, dass wir es kennen. Und dann heisst die Auflage... Eben, das eine ist nur so... Es sind ja zwei komische Sachen. Das eine, sie legt mal Reserven an. Okay, aus was genau sollen sie Reserven anlegen? Sie wissen ja nicht, wer sie Ende Saison verkaufen können. Sie wissen nicht, ob sie in der Europa League spielen, ob sie vielleicht in der Champions League spielen, ob sie wieder neue Fernsehverträge ausgesetzt haben. Wissen sie alles bis jetzt nicht. Reserven können sie garantiert sicher nicht anlegen. Und dann noch von denen verlangen, dass sie solidarisch haftet. Ich meine, stell dir das mal vor. Lugano nimmt jetzt ein Star-Lehnen auf, ein paar andere auch noch. Lugano verpasst alles. Das ist jetzt irgendein Beispiel. Nicht, dass ich meine, Lugano wird Geld verpasst, natürlich überhaupt nicht. Dann könnt ihr nicht mehr zurückzahlen und dann geht man zum FC Thun und sagt, «So, und jetzt zahlst du bitte mal die Schulden, die du gar noch nicht zurückzahlt hast.» Wie soll das funktionieren? Ich fände es eine schöne Vorstellung. Also vor allem denke ich, es ist ja auch schwierig für einen Manager, dann zu sagen, «Hey, Moment einmal, ich glaube an den jungen Fussballern, ich zahle jetzt die halbe Million mehr, ich will den kaufen, aus dem wird etwas.» Aber dann hast du ja, wie willst du? Du musst dann Bewilligung haben von anderen, dass du es darfst. Ja. Dann kommt der andere auch und sagt, «Hey, weisst du was? Ist doch möglich, ich investiere das jetzt.» Oder im schlimmsten Fall, helfen mir dann die anderen. Aber was ich jetzt spannend fände, ist meine, all die Überlegungen, die du jetzt gemacht hast, die ja absolut stimmen, schlussendlich könnten ja extrem selbstzerstörerisch sein für den Klub. Das heisst, wie ist jetzt eigentlich, haben die Klub das Geld angenommen? Weil eigentlich, auf dem Grund, was du jetzt sagst, müsste der Klub ja selber sagen, das klingt zwar ein wenig abstrakt, aber sie müssten jetzt sagen, «Was, ihr wollt euch so viel Geld geben? Nein, danke, wir wollen es nicht.» Das ist genau das, was jetzt passiert. Also alle Klubs bis jetzt sagen, wir schauen sonst irgendwie anders. Okay, okay. Also nein, wenn es irgendwie anders geht und nicht nur aus dem Grund. Es gibt ja, wir haben ja noch zwei andere Bedingungen gehört. Es gibt nur eine zusätzliche, aber hör mal die. Also die nächste Bedingung ist ja, die überhöhten. Genau. Zitat, Violam hat, die überhöhten Fussballerkälter müssen um 20 Prozent gesenkt werden. Und auch da wieder, nicht jeder einzelne Klub, sondern im Schnitt von allen Klubs, da sitzen jetzt auch wieder zusammen. Also die teilen sich wahrscheinlich den Spielern, machen wir so ein bisschen Spielersharing. Ich weiss nicht, wie das funktionieren soll. das sind ja auch da wieder zwei Sachen wie so offen. Einerseits die überhöhten, Was heisst überhöhten Spielershaler? Ist das die Million vom Waro, die der Waro überkommt? Der kommt nicht einmal ganz Millionen über. Der Kuzmanovic ist der Einzige. Und dann sind auch Waro und Soleimani, die gut verdienen. Aber dann ist jemand langsam fertig mit wirklich überdurchschnittlich verdienenden Fussballern. Der Rest ist eben Winterthur, Durchschnittslohn 3850 Franken, Krien sind glaube ich 2700 Franken. Der Durchschnittslohn in der Super League oder der Medianlohn ist 6500 Franken. Von wegen überhöhten... Völlig überrissen. Das muss runter. Und jetzt stell dir mal vor, du musst das nachher um 20 Prozent irgendwie runterbringen. Das geht einfach, wenn jetzt zum Beispiel der FC Basel mitmachen würde, auch ein Starlin aufnehmen würde und könnte sagen, ja gut, wir verlängern einfach mit dem Kuzmanovic nicht. Dann ist der 20 Prozent Schnitt schon mal runter. Aber wenn die anderen, die es jetzt wirklich nicht notwendig haben, wenn jetzt Krienz und von mir aus Thun und Winterthur würden das Starlin aufnehmen, dann heisst so, und jetzt? Geben wir mal 20 Prozent von diesen 2700 Franken vom ersten Krienz weg. Soll das funktionieren? Es ist unfassbar. Der krankte Fussball natürlich kann... Aber wisst ihr, wie es überhaupt zu diesem Vorschluss gekommen ist? Wer hat denn das Geld verlassen? Wie ist es zu dem überhaupt gekommen? Es war so, dass natürlich, das weisst du als Kulturschaffender auch, viele Branchen einfach unterstützt worden sind. Ach so, ja. Und der Sport hat irgendwann gewonnen, wir sind erstens ein Wirtschaftsfaktor, was stimmt. Also da hängen 100'000 Jobs an dem Fussball und am Eishockey. Wir sind für die Gesellschaft auch wichtig. Wir haben ein verdammtes Problem, weil jetzt können alle langsam ihre Beize wieder aufmachen, der Coiffe kann wieder arbeiten. Wir werden noch lange keinen Zuschauer im Stadion haben. Wir brauchen auch Unterstützung. Und dann hat der Bund irgendwann... Ich würde das jetzt ein bisschen zusammenfassen. Es ist schon ziemlich genau so. Also dann sind wir alle gleicher Meinung im Sinne von eine Finanzspritze, damit der Fussball zumindest kurzfristig überleben kann. Macht durchmussend. Macht durchmussend Sinn. Aber was schwierig ist, sind die Bedingungen, die gestellt worden sind? Das sind die. Das ist das Problem, oder? Das gilt ja auch für das Profi Eishockey. Und der, ich weiss leider nicht wie der heisst, der CEO vielleicht vom EV Zug und so, hat er gesagt, ja klar, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir Geld überkommen. Aber ihnen sind dann nachher die Bedingungen präsentiert worden. Sie haben gesagt, entweder so, oder sonst gibt es gar nichts. Er hat es glaube ich formuliert, er hat einfach Pistole ab Brust bekommen. Also entweder nimmst du das, wenn du es nicht nimmst, dann bist du vielleicht Konkurs, aber wenn du das nimmst, dann liest du noch sehr lange unter den Bedingungen. Aber da weisst du bestimmt mehr als ich. Wie ist denn das genau heutzutage? Gut, in der Schweiz weiss ich jetzt nicht, aber sagen wir in die Top-Ligen, wo ja so viel Fernsehgeld erzahlt wird. Jaja, das ist etwas völlig anderes. Brauchen die grundsätzlich zu schauen, um zu überleben? Nein, überhaupt nicht. Ich rede jetzt nicht von der Stimmung und vom ganzen Drumherum der Show, sondern rein als Einnahmenquelle ist es wahrscheinlich ein relativ kleiner Teil des Budgets. Bei ihnen ist es ein verschwindend kleiner Teil, bei ihnen geht es mehr so, weil das Produkt dann besser ist, das Stadion besser aussieht. Aber darum spielen jetzt auch die grossen Ligen, die wollen natürlich so schnell wie möglich spielen und es gibt dann keine Clubs, die sagen, ja nein, wir spielen nicht. Weil für jedes Spiel, wo sie nicht austragen, kommen sie weniger Fernsehgeld rüber. Und da in der Schweiz ist das Fernsehgeld halt sehr, sehr verschwindend klein. Und sie sind darauf angewiesen, dass die Zuschauer kommen. Okay, alles klar. Was ich noch ein bisschen raus schaffen, ist, dass das natürlich Ausdruck ist von einem Imageproblem, das der Fussball hat, oder? Dass der Bundesrat so agiert und sagt, wir geben euch Geld, aber dafür müssen wir schauen, dass die überhöhten Spielerkälter, dass die Millionarios, dass wir jetzt nicht mit Steuergeldern Millionarios finanzieren. Das kommt sehr zum Ausdruck, wenn man einen Online-Kommentar liest, wie Tagesanzeiger, NZ 10, 20-Minuten-Blick. Zum Beispiel, dass der Steuerzahler die Fussballindustrie im Profisport mit Hunderten Millionen unterstützen soll, ist unerträglich. Ich bin einfach nur fassungslos. Der Steuerzahler übernimmt das unternehmerische Risiko für Unternehmen, deren Angestellte auch gerne mal ein vergoldetes Steak vor laufender Kamera verspeisen. Ja. Es ist... Das ist der Neymarzin, glaube ich, oder? Der Ribéry. Der Ribéry, ja genau. Der spielt nicht beim FC Thun. Der spielt nicht beim FC Thun. Aber er ist stellvertretend für auch Spieler vom FC Thun. Das ist natürlich brutal für die Spieler vom FC Thun oder vom FC St. Gallen, die irgendwie 7'000 oder 6'000 Franken im Monat verdienen, dass man ihnen sagt, Eui, Sec, schieben wir sicher nicht Steuergelder in den Arsch, ihr, die vergoldete Steaks hasst. Das ist ein bisschen kurzsichtig. Als Kritik. Natürlich. Aber das ist natürlich... Auf so etwas in der Politik reagierst du natürlich auch als Regierung. Weil das ist so etwas Volkesstimme. 20 Minuten. Durchschnittlicher Spielerlohn. 1,5 Millionen. Voll krass, was mit den Steuern so alles bezahlt wird, oder? 1,5 Millionen. Ja. Das ist auch Behauptung von irgendwelchen Leuten. Aufgrund von... Weil man, glaube ich, weiss, dass die meisten Leute genau solche Sachen würden unterschreiben, die jetzt da vorgelesen worden sind. Die finden, alle Fussballer sind Millionär, auch in der Schweiz. Und wenn man jetzt hört, man will sie unterstützen, es gibt, glaube ich, was für Unruhen im Land. Weil alle die Vorstellung haben, dass der Fussballer per se einfach wahnsinnig reich ist. Und denen schiebt man kein Geld in Arsch. Darum müssen die Bedingungen überhaupt kommen. Also es ist halt sehr populistisch. Man muss irgendwie diese Stimme beruhigen, indem man so wirklich sehr, sehr fragwürdige Auflagen einführt. Sonst wäre das irgendwie nicht ratbar. Das wäre einfach nicht zu rechtfertigt. Aber wer weiss, vielleicht ist ja genau so, wenn wir jetzt darüber reden, gibt es ja auch eine Diskussion in dem Land, wo dann eben zum Beispiel der Herr oder die Dame, die das so krass formuliert hat und so krass kritisiert hat, dass viele vielleicht auch die Augen aufgehen? Nie. Das kannst du vergessen. Also das kannst du wirklich vergessen. Also ich glaube, das Gute, das einzig Gute für den Schweizer Fussball an dieser Corona-Krise ist, dass man vielleicht mal, vielleicht ein paar, und wenn es nur schon ein paar wenige sind, die das mitbekommen, dass der Schweizer Fussball absolut nichts zu tun hat mit dem Fussball, den wir in der Champions League sehen, mit den Spielern, die dort auflaufen, mit den Salären, mit den Ablösesummen, die er bezahlt hat. Das ist wirklich eine völlig andere Welt. Und dass man das bei Fussballern einfach gleich stellt, ob man jetzt Verteidiger ist beim FC Chiasso, im Mittelfeldspiel im FC Thun, oder ob man Stürmer ist bei Chelsea oder bei Juventus oder bei Real Madrid. Das gilt wie, für viele Leute sind das einfach Fussballer. Stell dir das mal vor bei den Schauspielern. Wenn jetzt alle würden sagen, also bei den Schauspielern macht man das ja nicht. Man findet nicht, Leonardo bist Schauspieler, du verdienst ja Millionen wie Leonardo DiCaprio. Niemand macht das. Niemand geht davon aus, dass Schweizer Schauspieler so gut verdienen wie ein Hollywood-Schauspieler. Niemand geht davon aus, dass wenn man ein kleines Konzert gibt, irgendwie Muz in Zürich, dass die Person, die dort auftritt, so viel verdient wie Beyoncé. Aber bei den Fussballern ist völlig klar alle in einem Topf. Das hast du recht. Das stimmt. Und das ist sicher auch zum Teil dem geschuldet, dass Fussballer, wenn man das so allgemein darf sagen, gerne mal mit einem besseren Auto ins Training fahren, sich gerne mal schicker kleiden. Sie sind aber auch aus einer Generation, also alles junge Leute, die das vielleicht auch noch gerne machen. und es ist auch nicht so, dass Schauspieler total das nicht machen. Ja, wohl. Also grundsätzlich, es ist natürlich schon so, wenn du jetzt einen Nazi-Sammenzug anschaut und der Scherdan Shakiri kommt und der Jan Sommer, das sind natürlich meistens Netspieler vom FC Thun, die zusammenkommen. Die spielen die grosse Liga und die verdienen wirklich auch Millionen. Und die kommen dann auch im fetten Karren und im Gucci-Test. Und das sind ja dann wie auch Schweizer Spieler. Darum zahlt das ein bisschen auf das Konto halt auch ein. Und ich weiss nicht, ein Kleinkünstler fährt mit dem Porsche ins Kleitheater und lacht dann noch über das kleine Auto vom Beleuchter. Wie das gewisse... Manuela Canci zum Beispiel bis in einer Wedding mit Delaney in der Schweiz in Dänemark mit seinem Teamkollege von Dortmund. Der, der das Spiel verliert, muss dann mit dem Auto vom Physiotherapeuten ins Training. Macht es sicher nicht besser. Und es ist natürlich so, dass soweit du in diese Sphäre aufsteigst, nur schon Nazi-Spieler. Bei denen gilt das natürlich alles nicht mehr, dass sie nicht mehr Hungerlieder und wohnen nur bis 26 in zu Hause. Sobald du natürlich in den Nazi spielst oder im Ausland, dann bist du sehr, sehr gut verdienter. Wir sind der Meinung, Geld wäre insofern sinnvoll, aber nicht mit diesen Bedingungen. Aber das allgemeine Volk ist eher der Meinung, überhaupt kein Geld. Es ist ja grundsätzlich... Wir hatten eine Finanzkrise. Dort haben wir auch mit Steuergeldern die UBS geredet. Und dort sind die Manager-Pony und Manager-Pony lassen sie nicht massiv runterkommen. Es war auch nicht an Bedingungknöpfe, dass die Manager weniger verdienen. Wir reden jetzt zum zweiten Mal schon wieder von Swiss. Beim ersten Mal war es noch eine Schweizer Luftfahrtgesellschaft. Jetzt gehört sie der Lufthansa. dort diskutieren wir glaube ich noch um die Bedingungen. Wir haben den Unternehmen erlaubt, also unsere Politiker im Nationalen Ständirat, dass sie zwar Kurzarbeit beantragen dürfen, aber trotzdem Dividenden auszahlen dürfen. Was auch ein paar schon gemacht haben. Auch dort gibt es natürlich da und dort in gewissen Ecken einen Aufschrei. Aber da ist er jetzt besonders gross, weil er einfach den Fussballer wird. Und dass man genau dort Auflagen stellt. Also ich kann mir vorstellen, wenn keine Auflagen gestellt worden wäre, dann hätte das Paket keine Chancen gehabt politisch. Das wäre schon nicht durchgekommen. Profisportunterstützer würde nicht gehen. Aber die Leute, die diese Bedingungen ausgeschafft haben, die sind wahnsinnig weit weg von dem, was die Fussballklubs jetzt eigentlich brauchen würden und was auch der Nutzen wäre. Also ich bin kein Wirtschaftsexperten, aber natürlich kommt dann jeder und sagt ja, was ist mit unserer Branche. Natürlich. Das können sowieso alle. Und auch dort muss man differenzieren. Ich bin jetzt vorher, eine Meldung gekommen, dass im europäischen Automert, es sind Zahlen im Monat März oder zumindest in dieser Zeit, um drei Viertel zusammengekrachten. In Italien sogar 98%. Jetzt. Und dann haben sogar Zahlen genannt, wie viele Autos weniger verkauft worden sind im Verhältnis zum Vorjahresmonat oder Periode. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, tragisch, schlimm, krass. Aber, wenn ich vorgegangen habe, ein Auto zu kaufen und ich habe das jetzt nicht machen können, weil einfach der Autolader zu war, ist, dann werde ich es wahrscheinlich einfach diesen Monat machen. Sofern ich das Geld habe und selber nicht so viele Einbussen in meinem Job habe, dass ich mir das Auto nicht mehr leisten kann. Aber abgesehen davon, müssen wir natürlich noch einen Monat, zwei abwarten und schauen, sagen, ja Moment mal, wie viele Autos mehr werden jetzt dann wahrscheinlich im Mai, Juni, Juli verkauft im Verhältnis zum Vorjahresmonat. Dann weiss man mehr. Und das heisst, dort, das ist mal das Einte. Z.B. aber ein Restaurant, die haben definitiv jetzt im Moment kein Geld verdient. Weil, wenn ich jetzt nicht essen gehe, heisst das nicht, dass ich das nächste Monat dafür viermal mehr essen gehe, sondern es ist effektiv Geld, das jetzt nicht einkommt. Und darum ist es wahrscheinlich extrem, auch nicht einfach für die Politiker zu sagen, wer kommt wie viel Geld über, für was, für was für Bedingungen. Ähm, eben, gell? Es ist ja ungerecht. Ich weiss, ob das jetzt Sinn gemacht hat, was ich sage, aber es gibt gewisse Sachen, wo natürlich dafür wahrscheinlich wieder kompensiert werden, mit ihren Verkäufen, die Zahlen werden wieder steigen. In anderen Bereichen definitiv nicht. Quaffaire hat jetzt einfach kein Haar geschnitten. Wir wollen jetzt auch nicht in Whataboutism abdriften, weil es ist wirklich extrem schwierig, weil all die verschiedenen Branchen, Kultur kommt da auch noch dazu. Ja, wegen mich. Eben. Einfach schwer verbreichbar sind. Perfekte Lösungen gibt es eh nicht, dann müssen wir damit leben. Was da einfach zum Ausdruck kommt, ist, dass der Fussball ein massives Imageproblem hat, auch im Vergleich zum Beispiel zum Eishockey. Weil über Eishockey spricht niemand. Ja, genau das gleiche Prinzip. Es gilt für Eishockey und Fussball. Genau gleich. All die Kommentare steuern nur auf die Millionarios ab, auf die gut verdienenden Fussballer, dass in der Schweiz der Eishockey-Spieler viel besser verdient als der Fussballer. Das wissen die Wenigsten. Die Schweiz ist im Eishockey eine Hochlohn-Insel. In der Schweiz verdienst du nie so viel im Eishockey rund um die Schweiz wie in der Schweiz. Aber der Eishockey andere, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, in Zürich, die Spieler vom ZSC, die gehen dann an die Langstrasse, in den Karaoke-Ball, gehen Bier zu saufen und die siehst du dort. Und Fussball, die siehst du halt im Kaufleuten im Himmel, mit Kordchen abgesperrt, am Champagner zu saufen. Und das ist halt dann einfach in der Wirkung der Unterschied zwischen Eishockey und Fussball. Und wie du gesagt hast, das ist auch ein grosses Unwissen. Ich glaube die meisten haben, wenn man jetzt die Leserbriefschreiber fragen würde, dann würden sie wahrscheinlich sagen, ja die Eishockeyanen, die spielen natürlich im ZSC aus Freude. Vielleicht kommt da mal einen Kleber rüber, vielleicht mal eine Zuckerwatte. Aber dass die natürlich wahrscheinlich im Schnitt mehr verdienen als die vom FC Zürich, das weiss man einfach nicht. Und vor allem, weil du halt im Eishockey die Goldsteak-Vorbilder gibt es halt nicht. Das nützt halt schon sehr, für das das Image nicht so unterirdisch ist. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe das dann nicht mehr weiterverfolgt. Also eigentlich ist es ja so, dass in den europäischen Top liegen ziemlich alle Mannschaften bzw. die Spieler eingewilligt auf Lohnverkürzung oder Einbuss. Und dann war doch aber einer der Kroos bei Real Madrid, der fand, nein, er mache da nicht mit. Wissen Sie warum? Was dort seine Argumentation war? Ich weiss es bei ihm nicht, aber es haben ein paar in grösseren Clubs, auch beim FC Basel, es war auch so, dass sie nicht eingewilligt haben, aber nicht, weil sie nicht bereit sind auf Lohnverzichten, sondern weil sie die Übersicht nicht hatten, was passiert dann mit ihrem eingesparten Geld. Viele hatten Angst, dass man jetzt die Spieler einfach so sparen lässt und dann kommen die Kompensationszahlungen vom Bund über und machen dann sozusagen Führerschein, nur weil sie ... Ah, okay. Und viele wollten, dass dann auch wirklich denen im Klub zugut kommt, die eben wenig verdienen. Das heisst, hat man den Kroos wahrscheinlich sofort ausgeschlachtet, ohne dass man gerade nachfragen, was hat er genau gesagt und wie hat er das genau gemeint? Das ist mit dem FC Basel etwas ähnlich gelaufen, dass die Spieler gesagt haben, ja, wir sind schon bereit, unseren Teil, aber wir verzichten nicht einfach auf Lohnverzichten und wissen nicht, wo das Geld herangeht. Im Vergleich zu Ibe, wo heute, also es ist Dienstag, immer wenn man den Podcast aufzeichnet, ist es Dienstag, heute jetzt gerade die Meldung kommt, Spieler, Geschäftsleistung, das Management, das Staff, die verzichten alle kollektiv auf einen Teil von ihrem Lohn. Dass man einfach bei den Young Boys im Moment vieles verdammt gut macht, alle miteinander, gegen Aussen kommuniziert, als Einheit auftritt und beim grossen Konkurrenten im FC Basel, jetzt kappert es in dieser Hinsicht. Früher war es mal umgekehrt. So schnell kann es ändern. So schnell kann es gehen. Bei der AC Milan war es früher auch mal umgekehrt. Richtig. Was sagst du, es gibt ja die Idee von Angelo Canepa, die ist aber schon älter, die sagt, eigentlich müsste der Fussball auch wie die Kultur subventioniert werden. Wie ein Opernhaus, das, ich weiss gar nicht wie viele Millionen, aber viele Millionen in Zürich als Kulturinstitution dass der Fussball auch als gesellschaftliches Phänomen müsste Subventionen bekommen? Vielleicht, ja, aber dann weiss ich nicht, was dann für Bedingungen natürlich an den gekoppelt wären. Also was heisst das dann mit, also wie wenn du jetzt einen Film dreist, da muss ja sogar stehen, Achtung, diese Sendung enthält Product Placement, eine sogenannte Schleichwerbung und so weiter und so fort. Also dürfte der Spieler zum Beispiel immer noch einen Sponsor auf dem Trikot haben oder nicht. Pro Juventute. Ja, also all solche Sachen, also das ist wahrscheinlich kompliziert. Ich denke, was vielleicht ein Weg wäre, ist ja in Amerika, also der NBA zum Beispiel, haben sie das ja alles ja nicht. Also du steigst ja nicht ab, du steigst nicht auf. Das ist ein relativ demokratisch verteiltes System. Demokratisch unter denen, die oben sind. Ja, genau. Und ich glaube, die haben viele Probleme weniger durch das. Sie haben da einfach andere natürlich. Aber wenn ich kurz Exkurse mache, ich bin jetzt gerade so viel beifixiert für all die, die zu Hause Netflix haben, The Last Dance. Zehn Folgen über die ganze Zeit von den Chicago Bulls. Wahnsinnsdokumentation. Also echt cool gemacht. Und dort, oder mit dem Draften auch von den jungen Spielern und so. Ehrlich gesagt, ich kenne jetzt wenig aus, aber so immer, wenn ich wieder mal einen Artikel lese, finde ich, okay, es klingt wie Hand und Fuss. Was man vom amerikanischen oder nordamerikanischen Eishockey übernehmen könnte, ist der Salary Cap. Dass man sagt, eine Lohn-Oper-Grenze. Dann verhindern wir die überhöhten Spielersalaire. Dass man sagt, höher als, keine Ahnung, 800'000 darf es einfach gar nicht sein. Nachdem wir jetzt durch eine schwierige Zeit durch sind, nachdem der Bund auch Geld gesprochen hat, wobei es ja nur Darlene sind. Es ist ja kein Geld à fond perdu, wie Kulturschaffende zu Recht auch überkommen. Dass man sagt, dafür machen wir jetzt an Lohn-Oper-Grenze. Das ist eine Idee, die jetzt auch natürlich diskutiert wird. Das ist jetzt auch wieder aufgekommen. Es ist halt immer so mit den Regulationen im Fussball, wenn du eine Limite neu setzen willst. Du kannst immer davon ausgehen, irgendein Superstarspieler, ein grosser Klub, wird einen Superstarspieler wollen. Irgendwie. Und wenn er ihm nicht einen völlig absurden Lohn zahlen kann, dann wird er andere Mittel finden, um den irgendwie zu holen. Handgeld rundherum, ich weiss nicht, was für eine komische Konstruktion war. Ja, so wie ich heute jetzt habe, ich habe auch 10'000 Franken Spesengeld. Einfach für deine Fahrt. Der Lohn ist eine normale Wahl zu bekommen, aber Spesengeld ist... Das würdest du sowieso wirklich als... Man hat das probiert mit dem Financial Fairplay, hat auch nicht so gepissen, wie es hätte sollen. Das ist jetzt auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, diese Auflage gegen PSG und gegen Menschen. Ich weiss nicht, wie gut das dann tatsächlich funktionieren würde mit dem Salary Cap. Dass man dann einfach zum Spieler, als Beispiel, das ich auch gehört habe, glaube ich aus dem EISOK, zum Spieler noch seine Frau mitengagiert und dir einen Marketing-Job gibt es. Eben solche Sachen. Ja, ja. Und viele von denen... Zum Milan-Zeiten zum Beispiel, wo Berlusconi dann irgendeinen Fussballer als Frau hatte, die hat dann dafür bei Gucci, was weiss ich, über den Laufsteg laufen. Ja. Wo Karrieren dann lanziert worden sind oder angeschubst worden sind. Das gibt es. Und ich glaube, solche Sachen funktionieren eben in einem geschlossenen System, wie in der nordamerikanischen Profi-League. Dort probierst du, dass alle ungefähr die gleichen Vorgaben und die gleichen Möglichkeiten so kannst du irgendwie ausgleichen und so funktioniert es. Dann kannst du die Regeln aufstellen und die gelten dann für alle. Es wird halt immer schwierig, das merkst du jetzt zum Beispiel in der MLS, weil halt, sie sind zwar einerseits ein geschlossenes System, geschlossene Profi-Liga in Amerika. Die amerikanische Fussball-Liga. Aber sie sind halt trotzdem in diesem Fussball-Business drin. Also man kauft ihnen Spieler ab und sie kaufen auch Spieler. So ist es eigentlich nicht gedacht, oder? Weil wenn sie aus Europa Spieler holen wollen, dann können sie sie ja nur holen, wenn sie eine Ablösesumme zahlen. Also dort funktioniert es dann schon wieder nicht mehr, weil sie sind einerseits dabei, andererseits nicht. Sie haben halt, weil sie keine Nachwuchsabteilung haben, können sie ja keine Junioren verkaufen. Das macht alles natürlich ganz viel schwieriger. Apropos Nachwuchsabteilung, wir haben noch gar nicht über die dritte Bedingung gesprochen. Oh, das ist eine von meinen Lieblingsbedingungen. Die dritte Bedingung in meinen Top 10 Bedingungen. Also die Vereine, die Geld vom Bund nehmen, müssen dafür ihre Nachwuchsarbeit gleich fortführen, wie sie sie bis dahin gemacht haben. Sprich, der FC Lugano, um nochmal zum FC Lugano zurückzukommen, wo jetzt nicht europaweit bekannt ist für eine unglaublich gute Nachwuchsarbeit, die können nach wie vor weiterhin einfach nichts machen. Das ist richtig. Und wenn du aber eine super Nachwuchsabteilung hast, bist du verpflichtet, diese super weiterzuführen. Genau. Also du musst immer noch gleich viel... Man muss auch sagen, alle diese Ideen hinter diesen Auflagen, die sehe ich ja schon. Die wären eigentlich gut. Es geht darum, wir müssen verhindern, dass wir jetzt jemandem Geld auslehnen und der gibt das Geld, der verprasst das Geld gerade für einen Spieler und zahlt dem einen völlig unsinnigen Lohn. So weit, so klar. Aber was dann daraus geworden ist, eben so die Angst. Ja, nachher gehen sie es wieder so aus. Wir müssen schauen, dass sie ihren Nachwuchs gleich ausbilden. Ja, aber die, die wie nichts gemacht haben, bis jetzt machen immer noch nichts, müssen nichts machen. Die anderen, die die Hilfe für ihren Budget in den Nachwuchs gesteckt haben, müssen das nach wie vor trotzdem machen. Und nebenbei noch eine Reserve anlegen, die über sechs Monate lang und dann noch haften für den anderen Klub, der nicht zurückgezahlt hat. Also als Klub müsste man dann ja vielleicht sagen, weisst du was, ich nehme das Geld gerne, aber erst in einem Jahr und jetzt versuchen es ein Jahr lang möglichst schlecht in der Nachwuchsarbeit möglichst schwere Geld auszugeben, damit sie es nicht nochmal ausgeben, nachdem sie das Geld bekommen. Alte Trickser, Leonardo. Wir schliessen jetzt unsere Nachwuchsabteilung und warten ein Jahr und dann nehmen wir das Geld. Und wir stellen, wir müssen ja nur den Durchschnittslohn um 20 Prozent anbringen, wir stellen einfach noch 50 Praktikanten an für 500 Franken im Monat. Die sortieren Sachen im Büro und die drücken massiv den Durchschnittslohn und dann haben wir die 20 Prozent auch wieder. Also mit euch zwei, würde ich gerne mal in einem Buchhaltungskurs fallen. Jetzt ist die legale Seite wenigstens, nicht illegal, zumindest die improvisierte Seite. Aber die künstlerische Buchhaltung ist das, die rechtlich kreative. Ja genau. Ich hätte gerne noch nicht nur über Politik mit euch geredet, sondern auch über einen grossen Fussballer, der abtritt. Wir mögen uns noch gut erinnern, es ist ziemlich genau zehn Jahre her. Für sich die Schweiz im Strafraum drin, Chelsea Fernandes, Tor! 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 Tor für die Schweiz! Welches Spiel, so viele Gäste hat Chelsea Fernandes für die Nazi nicht gemacht? Espanien. 1 zu 0 gegen den spätere Weltmeister Spanien in Südafrika mit den Tröten im Hintergrund, mit den Hubs. Schrecklich! Weiss! Jetzt sind wir nach der Vorrunde wieder heim. Wegen dem Lernen? Ja, ja. Nein, wir sind wieder heim wegen dem Otmo Hitzfeld. Ich meine Italien. Aha, ihr. Das stimmt. Ihr habt dann so grossartiges Spiel gegen Neuseeland und so. Reden wir nicht darüber. Aber das ist recht lustig war dort. Ich hatte dort so eine Bar und bei diesem Spiel war es die Rammel voll. Und halt den Trinkmäher, man kennt es ja auch, das war eine WM. Es war draussen und dann ist das Goal gefallen und alle halt aufgekommen und ich war einfach getauscht worden von Bier und allem, was gerade dort rum war. Und ich musste gerade nachher, also einen Tag mit Claudia Lesser und Zubi und so, sind dort dabei gewesen. Und dann habe ich dort auch noch mal gestunken wie ein Bison voll nach Bier und schon ein wenig gut angekommen. Dann musste ich mit denen einen Experten-Talk zu diesem Spiel machen. Das war noch anstrengend. Weisst du noch, was du zum Goal von Chelsea Fernandes gesagt hast? Das ist eines der schönsten Goals in der Geschichte des Weltfussballs. Absolut. Sensationell reingestolpert, das war sicher genau so das Einstudieren. Ja. Ja? Nein. Aber jetzt mit allem Respekt für seine Karriere und was er geleistet hat. Aber nochmal zurückzukommen, vielleicht, weisst du, die Parallelen zwischen dem FC Thun und dem FC Barcelona. Weisst du jetzt auch wegen dem Geld oder den ganzen Leuten, die einfach alle in den Topf fallen. Es ist richtig und es macht Sinn, dass man das auch ehrt, was er geleistet hat. Auf der anderen Seite hat er als Schweizer oder als Schweizer Spieler oder Vorzeigerspieler in seiner Karriere einen DFB-Pokal gewonnen. Mhm. Das heisst, wir müssen wirklich, darum finde ich das super, dass wir über das geredet haben, ich habe jetzt auch viel gelernt, wirklich nochmal versuchen, den Schweizer Fussball in einer anderen Dimension anzuschauen. Für die, wo es tatsächlich ist. Und nicht für die, wo man das Gefühl hat, sie sei es. Also du meinst, er ist, also du findest, es ist wenig, was er erreicht hat, der Chelsea in seiner Karriere. Ich muss nur mal schnell sagen, der Chelsea und Fernandes, wie wir das noch klar gesagt haben, tritt auf Ende Saison zurück. Darum reden wir überhaupt über den Chelsea und Fernandes. Er macht jetzt noch die Saison fertig und dann beendet er seine Karriere mit 33. Ich kann schnell die Vereine aufzählen, die er gespielt hat. Sion, Manchester City, St. Etienne, Chievo, Verona, Leicester, Udinese, Sporting, Freiburg, Rennes, Frankfurt. Wenn ich bei diesen Klubs gespielt hätte, dann wäre ich relativ zufrieden mit meiner Karriere. Eben, das meine ich ja, das darf er ja auch sein. Aber wenn du jetzt natürlich vergleichst mit ganz vielen Spielern aus der Top-Ligen, würde er wahrscheinlich niemals die Aufmerksamkeit bekommen, die ich finde, aber ist auch richtig, dass er nie bekommt, für eine Schweizer Dimension. Das meine ich damit. Jaja, klar. Verstehst du? Also wenn jetzt ein spanischer Spieler, der 15 Jahre lang Profi war und er hört Ende Jahr auf, wie er einen DF-Pokal gewonnen hat. Bei Santander oder so. Bei Santander. Dann würden wir jetzt wahrscheinlich in dieser Sendung nicht über diesen Spielen reden. Das meine ich. In Santander vielleicht schon über diesen Spielen. Nein, es ist gut. Vor allem, er hat aber den meisten Orten, wo er war, gespielt. Das ist im Unterschied zu ganz vielen anderen Schweizer. hat er einmal gespielt. Ja. Da kannst du ganz schön auf Wikipedia schauen, wenn du Anzahl Spiele, also Einsätze, in so vielen Jahren. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich finde eben, über den Chelsea und Fernandes, für das, dass er bei all den Vereinen gespielt hat, für das, dass er 67 Länderspiele gemacht hat, für die Schweiz, an fünf EM und WM-Tornieren dabei waren, redet man eigentlich nie. Man hat nie über den Chelsea und Fernandes geredet. Ausser eben bei diesem Goal. Wäre das Goal nicht gewesen, der Chelsea und Fernandes, es wäre sehr schnell komplett vergessen. Ein paar Jahre würde sich niemand mehr an Chelsea und Fernandes geredet. Aber sicher einer von den Schweizer Spielen, der es geschafft hat, über Jahre, egal wo er nicht gespielt hat, sich durchzusetzen, Stammspielen zu sein und darum Ehre, wenn wir Ehre gebühren. Absolut, ja. Aber es gibt halt schon ein paar Sachen, die Gründe könnten sein, warum er jetzt weniger in den Medien ist. Ich meine, Chelsea könnte jetzt fünf Jahre Stammspielen sein in der Bundesliga und von mir aus auch noch ein paar DFB-Pokale und was auch immer gewinnen. Trotzdem würde im Blick auf der ersten Seite vom Sport international stehen, dass der Shaqiri auf der Bank gesessen ist oder das neue Auto gekauft hat. Nicht, dass der Chelsea zum hundertsten Mal in Serie gespielt hat. Warum? Er hat einerseits mehrere Gründe. Erstes Mal war er nicht oft in der Nazi-Erste-Wahl. Er war meistens dort so ein bisschen ein Notnagel. Er hat nicht sehr, wie soll ich das freundlich sagen, nicht sehr elegante Art zu spielen, mit seinen Schlenkern die haben immer die Arme dabei. Und das ist halt auch noch so, um ein richtiger Held neu zu werden, musst du halt schon mal ein paar Jahre an einem Ort bleiben. Das hat er jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Er war eine ziemlich Wandertüne oder fast jeden Jahr hat es einen neuen Klub gegeben. Und irgendwie gibt es, die Spiele braucht wahrscheinlich jede Mannschaft, gerade eine Nationalmannschaft. Einen weisst du, den kannst du anrufen. Er spielt dann vielleicht eine Viertelstunde oder spielt dann das Quali-Spiel gegen Malta, aber er wird nicht hässig, wenn er dann wieder gegen Spanien oder Frankreich oder gegen Italien auf der Bank gehockt. Das ist er wahrscheinlich so einer. Wie der Celestini, jahrelang war. Der ist immer, weisst du, man hat gar nicht gemerkt, wenn er nicht dabei war. Es gab nicht eine Kampagne, die gesagt hat, jetzt spinnt er dran, er nimmt Celestini nicht mit. So wichtig wird er wohl nicht sein. Du bist wahrscheinlich sehr wichtig für eine Mannschaft gewesen, aber irgendwie nicht so der Nebendarsteller. Der undankbare Job als unglaublich guter Nebendarsteller, aber es reden dann alle nur von den Hauptrollen. Ich liebe Nebenrollen, ehrlich gesagt. Ja? Ja, weil du das Risiko nicht so und hast nicht so die ganze Verantwortung. Und meistens sind es wahnsinnig coole Rollen. Also oftmals sind die Hauptrollen oft, doch sind sie relativ langweilig, weil das sind so die, die durch den Film führen. Aber oft, wenn ich jetzt so grosse Findsdruck denke, sind meistens so die kleineren, die Nebenfiguren, die einem innerbleiben, finde ich. Also ist Celestin Fernandes vielleicht gar nicht so unglücklich, dass er auf der Position der Nebenrolle besetzt war? Also wenn er ein Typ wäre, der würde auf der Frontseite sein, dann wäre er auch so ein Typ und dann wäre er es auch. Wie würde es das Veto einlegen? Also ein Pirlo. Ein Pirlo war ein begnadeter Fussballer, der hat alles gewonnen, aber von dem gehörst du viel weniger Nachrichten in den Medien als jetzt über einen Ibrahimovic. Beispielsweise. Ja. Es hat schon auch zu tun, wie du bist, was du für ein Typ bist, wie du dich gibst. Gehst du an jeden Anlass, lässt du dich jedes Mal und überall interviewen, tust du deine Familie schützen oder zeigst dein Baby, sobald es auf der Welt ist, in allen illustriert auf der Welt und so weiter und so fort. Also du kannst das definitiv, das hat definitiv etwas mit deinem Charakter zu tun. Bei Pirlo haben sie angerufen und haben gefragt, willst du dein Baby zeigen? Und Pirlo hat Nein gesagt. Ich glaube, Jelson Fernandes hätte auch nie irgendjemanden angerufen. Das weiss ich nicht. Eben so, die Wahl hast, wenn du natürlich auf dem Top-Level bist und du kannst dann wählen, wenn du ein Superstar bist, will ich jetzt noch exponierter sein oder will ich das eher nicht machen. Bei Jelson, also wir haben einmal ein Interview mit ihm gemacht, das er in Frankreich gespielt hat. Und so der Eindruck ist jetzt nicht gewesen, dass er sehr freiwillig jetzt, also dass er das bewusst sich zurücknimmt, um eine kleinere Rolle zu spielen. Okay. Es ist eher so die, dass sehr schnell angriffen fühlen, weil man irgendwie nicht so gewertschätzt wird. Also so sind die Leute, die immer betonen müssen, hey, ich habe im Fall immer gespielt, ich bin im Fall so und so gewesen, nicht gerade so gegen andere schiessen, aber wieso, hey, ich habe im Fall verdammt viel erreicht. Nehmt das mal wahr, schätzt das mal wertschätzen. Aber jetzt, wenn wir uns vielleicht im Spiegel anschauen und ganz ehrlich sind zueinander, kann das sein, dass zum Beispiel der Berami, der im Tessin aufgewachsen ist, weisst du, Schweiz, wir sind jetzt in der deutschen Schweiz. Ja. Und wir nehmen uns das jetzt, eine kleine Arroganz, nehmen wir uns ja wieder her, wegen der Schweiz. Wir sind in der deutschen Schweiz. Ich kann mir vorstellen, dass Berami im Tessin einen ganz anderen Standort hat als bei uns in der Deutschschweiz. Kann das sein, dass das von Fernandes in der Ostschweiz, in der Westschweiz anders zelebriert wird oder anders wahrgenommen wird wie bei uns? Das könnte im Fall schon sein. Das könnte im Fall schon sein. Grundsätzlich, das ist ja die Haltung, wo auch viele, gerade welche Clubs an sich haben schon viel so die Idee, dass sie extrem nicht wahrgenommen werden in der Deutschschweiz, dass alle am liebsten hätten, dass sie eigentlich weg wären. Und das färbt natürlich schon ein wenig ab. Also, haben sie schon wahrscheinlich das Gefühl. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er gerade dort der Celis nicht ein Walliser Nationalheld ist. So lange hat er jetzt doch auch nicht. Haben wir jetzt zum Schluss des Podcasts, und wir sind leider schon am Schluss des Podcasts, haben wir jetzt noch den Röstigraben aufgerissen? Ja. Nicht weniger als das. Ihr weiss. Ihr weiss. C'est moi, c'est moi. Leonardo Nigro hat Ölis Feuer und erklärt uns den Röstigraben. Ich wollte den Fernandes verteidigen. Also, dass er vielleicht doch mehr Anerkennung hat in der Russschweiz. Weisst, Schweiz. Also, ich muss man auch sagen, er wird jetzt extrem gefeiert. Also, er wird jetzt extrem gefeiert. Ich habe jetzt nicht eine unendlich lange Abhandlung über die grossartige Karriere von Celis und Fernandes gewesen. In Deutschland hat er jetzt grosse Fangemeinde mit seiner Art. Eben, weil alle das lässig finden. Er ist nicht so der, der die grosse Klappe hat. Vielleicht hätte er das gerne. Ich weiss es nicht. Aber das wird durchaus auch geschätzt. Der kannst du immer bringen. Der ist immer dabei. Der kommt immer ein Nazi. Der kannst du als rechten Verteidiger aufstellen. Und scheinbar hat er immer für gute Atmosphäre in der Kabine gesorgt. Was ja auch nicht so unwichtig ist. Sagt man, der Celis und Fernandes sei der, der gut gelohnte Stimmungsspieler in der Kabine. Darum haben sie ihn, glaube ich, auch immer wieder mitgenommen, obwohl sie ihn oftmals nicht spielen lassen. Vielleicht auch, weil er wahnsinnig viel Sprache spricht. Das nützt auch noch. Als Verbindensglied innerhalb einer Mannschaft aus verschiedenen Landesteilen. Also, jetzt wir Verbindensglied in der Dusche. Nicht das. Das ist der Moment. Muss ich jetzt den roten Knopf machen? Nein. Jetzt ist die Zeit um Leonardo Nigro zu verabschieden. Ich habe gefühlt, wir haben erst gerade angefangen. Du musst einfach nochmal kommen. Ja, wir werden einladen. Er kommt ja wieder mit seinen Rolls-Royce und so. Kennst du ja die Schauspieler? Wir müssen einfach noch über das Kilometergeld, über das Benzigeld reden. Wenn du mit dem Panzer kommst, dann ist es einfach unglaublich teuer für SRF. Ja, also über Künstlerbranche und Coronavirus haben wir nicht geredet. Also wir leiden recht. Ja. Du kannst aber gerne... Bei euch hat nie jemand gesagt, dass wenn du jetzt... Du kannst gerne einen Kredit aufnehmen. Wir haben eine harte Haut. Also wir sind zu uns gewohnt, weil wir ja nicht wissen, was ein festes Lohn ist. Von dem her... Für uns ist das... Also für mich zumindest. Ich habe damals das Gimmi gemacht. Keine Lehre. Von dem her... Ich bin jetzt 46. Ich weiss heute noch nicht, was er sagt, am Ende im Monat sicher sein kann. Von dem her... Es ist für mich eine Phase und die wird wieder vorbeigehen. Und wie geht die Phase aktuell so? Eben, nichts schaffen. Gar nichts. Es ist alles komplett stillgelegt. Komplett. Es läuft gar nichts. Und... Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Vertrag hatte für diese Zeit während dem Lockdown, dann hätte ich Anspruch gehabt auf irgendeine Rückerstattung. Dadurch, was ich aber nicht gehabt habe, kommt auch nichts über. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass gewisse Angebote da gewesen wären, aber die sind gar nicht an mich hergekommen, beziehungsweise an meinen Agenten, weil ja einfach eh alles gestoppt oder abgelastet worden ist. Und von dem her... habe ich kein Anrecht auf etwas. Also wir... Wir haben es vorher vielleicht noch kurz besprochen, wir würden gerne einen Kredit anbieten für die schwierige Zeit. Du musst einfach dann, falls du den nicht kannst, falls irgendeinen anderen Typ, der mir auch noch einen Kredit gibt, den nicht zurückzahlen kann, musst du das einfach zahlen. Du musst gleichzeitig weiter in die Nachwuchsförderung genau gleich viel investieren. Und was muss er noch machen? Ah, dein Lohn ist noch runtergegangen. Mit der Nachwuchsförderung ist es, glaube ich, stark, oder? Also mit deinem Sohn... Mit meinem Sohn, ja. Ich investiere es in... Wahrscheinlich noch nie so viel Zeit für deinen Sohn wie gerade abgelaufen. Nein, ich muss dir sagen, natürlich tut es einem mega leid für die Wirtschaft, für die ganzen Toten, für die ganzen Leute, wo es wirklich erbärmlich gegangen ist, finanziell wie auch immer. Aber jetzt in unserem kleinen Kreis muss ich sagen, wir hatten eine sehr schöne Zeit. Wir wollten eigentlich ausprünglich einfach für eine Woche auf den Bauernhof. Meine Freundin hat über Airbnb eine schöne Wohnung gefunden. Und dann ist es dieser Woche sind dann fünf worden. Also wir haben fünf Wochen auf einem Bauernhof gelebt, hatten nur Kontakt zu dieser Bauernfamilie, die auch Kinder hatten, im Alter von unserem Sohn. Und super Wifi, meine Freundin konnte ganz normal Homeoffice machen. Ich habe mich hauptsächlich unter Kleid gekümmert, die Aufzug gemacht mit ihm, wir sind Velofahrer, wir haben grilliert, die hatten sogar einen Swimmingpool auf dem Bauernhof. Er hat so viele Sachen gelernt. Also wir werden kaum wieder einmal eine Zeit haben, in der wir fünf Wochen alle zusammen so eine schöne Zeit werden konnten. Also bei uns im Kleinen war es eine schöne Zeit. Das haben wir alle ganz fest gelernt in dieser Zeit, dass wir das Positive an der Situation gesehen haben. Und es hat dann ganz viel Positives gehabt, natürlich für die meisten. Es gibt jetzt wöchentlich einen Podcast mit uns. der hätte es auch nicht gegeben ohne Corona. Die Shooter wird auch langsam wieder und dann hoffen wir, dass du bald auch wieder mal irgendwo in einem Film wirst erscheinen. Yeah. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke. Merci vielmals. Danke euch. Hat wirklich wie immer Spass gemacht. Wir sehen uns auch. Guten Tag. Projektverantwortung Jan Petzold und Susann Witzig. Schöner Wiesen! Schöner Wiesen! zwei, zwei, drei, fünf.